Hallo liebe Trommler, hallo liebe Trommlerin und willkommen auf meiner Homepage. Mein Name ist André Hilgers und in meinem Video Fußtechniken geht es darum, euch ein bisschen näher zu bringen, wo ist der Unterschied zwischen Single Pedalen, Double Pedals, wie kann ich diese anständig auf mich anpassen und einstellen, wo ist der große Unterschied, welcher Einsatz ist vielleicht für mich wichtig, ob im Studio oder im Live-Einsatz, welche Sitzposition habe ich, ist diese vielleicht falsch, wie kann ich diese anwenden, all diese ganzen Fragen werden in diesem Video bearbeitet, ich freue mich auf euch, euer André.